Willkommen, unsere lieben Schweißtechnik-Freunde. Heute starten wir eine Aktion. Yo, Viktor, hast du gut gemacht. Dankeschön. Hallo, meine lieben Schweißtechnik-Freunde. Ja, der Viktor hat recht. Wir starten ab heute eine Weihnachtsaktion. Ich habe noch ein paar Infos für euch. Seid entspannt und schaut zu. Schön, bald ist Weihnachten. Das hat sein Gutes. Hat auch einen kleinen Nachteil, denn ich bin heute das letzte Mal hier für dieses Jahr. Wir haben viele neue interessante Projekte in 2018. Ihr müsst unbedingt zuschauen. Jetzt kommen wir aber nun zu der Weihnachtsaktion. Was habe ich für euch vorbereitet? Kommt jetzt. Wir haben für euch ein E-Hand-Elektroden-Inverter-Set zusammengestellt, reduziert und ein Wix-Set zusammengestellt, reduziert. Eine MMA 160, eine TIC 180 DC Puls. Ich finde, das ist noch nicht genug. Wo habe ich die Sachen? Ein persönliches Weihnachtsgeschenk von mir für euch. Bei dem E-Hand-Inverter gibt es so ein Schutzpaket. Damit kannst du deinen Elektroden-Inverter für die Baustelle einsatzbereit machen. Dann bekommt das Gerät keine Kratzer, keinen Schmutz, keine Dellen ab. Das ist ein sehr gutes System. Als Geschenk von mir dazu. Und bei der Teamwälder 180 DC Puls legen wir einen Koffer oben drauf, wo das ganze Zubehör verstaut werden kann, sowie Verschleißteile. So wäre unser Elektroden-Inverter geschützt. Der gute Igor packt euch den Koffer dazu. Ein paar Ersatzverschleißteile, Wolfram-Elektroden, ein Stubi-Satz. Somit wird das Ganze hier etwas kürzer. Du hast einen passenden Koffer, wo das ganze Zubehör verstaut werden kann. So, ich habe keinen Bock mehr. Es ist Feierabend. Das war es für dieses Jahr. Ich wünsche euch schöne Feiertage. Kommt gut ins neue Jahr. Gesundheit, Liebe für eure Familien. Bis dahin. Ciao. Bis dahin.